Hallo an der Vergangenen zu einer weiteren Folge, Seppnautica. Wir bräuchten, warte mal schnell, ich würde sagen, wir können uns gerade ein paar Fische kochen. Ein bisschen lecker. So, Wasser, den will ich machen. Aber dafür können wir essen. So, und ich würde sagen, ach nein, 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 falsch. Ich muss schauen, was brauchen wir für ein Welcher Magnesium, Krakenpulver und Titanium. Aber wo kriegen wir Magnesium her? Oder müssen wir Magnesium selber bauen? Ja, müssen wir Salz, Salz, also Salz, Titan und das Kracherding. Sollte es aber kein Problem sein mit ihm. Hier haben wir schon ein Kracherpulver. Hier haben wir schon ein Kracherpulver. Aber hier, hier Salz, 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 Salz. Brauchen wir auch noch. Brauchen wir. Brauchen wir. Brauchen wir. Fuck. Okay, Kracherpulver haben wir, glaube ich, genug. Dann gehen wir an Suchen nach Salz. Sollten wir auch relativ viel finden jetzt. Salz sollte man jetzt häufiger finden nach dem Update mit Wissen. Jetzt müssen wir aber schauen. Hier hat's noch Salz. Gut, dann brauchen wir noch ein Salz. Ich schaue die Frage, wo kriegen wir das Salz her? Salz, nur das letzte Salz. Ja, hier, hier, hier. Gut, jetzt gehen wir zurück zu unserer Base. Dann haben wir, glaube ich, schon alles für so ein Schweissgerät. Dann können wir unsere Basisflicke möglich machen. Jetzt müssen wir schauen, Magnesium. Ja. Fisch können wir nicht drauf kochen. So, und jetzt machen wir... Titanium habe ich aber, glaube ich, schon ein bisschen... Nichts. Mol Titanium können wir herstellen. So. Titanium können wir herstellen. Weil wir haben Metallschrott. Gut, dann... Sollte es eigentlich schon gehen. Ja. Nice. Jetzt können wir mit Wissen... Oh ja, genau. Unsere Base flicken. Ja. Hier noch. Nice. So, gut. Dann war das auch schon. Aber das braucht man. Auf jeden Fall. Und dann brauchen wir noch so ein... Habitat Builder. Computerchip. Silbererz. Silbererz. Genau. Das ist die Sache. Table Coral. Haben wir auch nicht. Also... Tischkoralle. Silbererz. Genau. Genau. Tischkoralle. Silbererz. Und... Was brauchen wir sonst noch? Für dieses Ding? Eine Batterie. Ich weiss gar nicht. Kohle. Also... Is das... Ich weiss gar nicht. Ich weiss gar nicht. Ich weiss gar nicht. Jetzt machen uns... Weiss gar nicht mal zwei Batterien. so piepst es jetzt die ganze Zeit so das Copper Ore brauchen wir noch weil wir müssen mit Copper Ore 9 Prozent hier vielleicht ja hier ok auch Copper Ore cool so gehen wir zurück zu Base offenbar langt das das wird knapp uh jetzt machen wir uns gleich zwei Batterien wenn es geht gut und dann ok da können wir uns auf die Suche machen nach Silbererz jetzt ich kann mir das auspielen wie das ist auch seit dem Update neu aha ach können wir echt mit dem ach ja ich glaube wir brauchen jetzt die Tischkorallen die Tischkorallen wir brauchen die Tischkorallen da würde ich auch sagen gehen wir weg von diesem Teil das braucht das braucht das braucht Strom so also Batterien halt die Tischkorallen ist da hier hier sehen wir es schon aber wir haben aber wir haben das nicht so gar kein Messer wir brauchen ein Messer wir brauchen ein Messer Genau, und das ist ja weg. Und das ist ja kaputt. Stimmt. Da. Silikon Rubber. Genau, das brauchen wir noch. Silikon. Silikon, und da können wir gerade nach Silber jetzt noch suchen. Machen wir das so. Oh, jetzt hat es auch gerade gelegt. Wie schön ein Verarschen. So. Wir haben genug Energie, wir können rein. Wir haben auch einen Verarschen. 10 Sekunden. Remy. Erkrankung Erkrankung Also gut, die war ich auch vor eigentlich auch. Immer noch nicht können. Ah, das ist jetzt gerade wahr, was ich hier gemacht habe? Okay. Wow. Äh, warte mal. Ähm. Wir müssen ein paar Sachen noch... Ach komm, Quarz. Brauchen wir nicht dieses Quarz. So. Gehen wir ein bisschen weiter nach hinten. Ist zwar diesen Wichser da. Interessiert uns eigentlich auch nicht so extrem. Wir müssen nur noch schnell hier hin. So. Oh, wir haben nur noch 10 Leben. So. 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 findet man das schönes Silber jetzt mal nicht. So. 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 ist es jetzt zurück. So. 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 und sofort zurück mit ein paar Fischen dann sollte das schon gehen hier war doch auch hier sollte etwas sein ich finde gerade keine Steine hier Leadbo hier, ach Monster Silbererz, wuuu wir sind schon wieder auf Silbererz wie nice hier gibt es hier gibt es aber Problem ist es gibt recht wenige Steine ach das ist hier ja war ja nicht auch ach wir müssen zurück Leute nein was ist hier wir müssen zurück wo ist unsere Base wo ist unsere Base wo ist unsere Base hier ist unsere Base wir müssen zurück wir müssen zurück etwas essen oder trinken irgendetwas vielleicht reicht es ja schon ich glaube es sollte schon reichen aber unsere Inventar wenig entsichern gut es ist gesichert ich werde schnell irgendetwas trinken können können wir nice mehr nicht aber wir können trinken wir müssen nachher noch Fische suchen unbedingt aber vorher ja schauen wir mal ob das geht jetzt müssen wir trotzdem noch mal eine Batterie erstellen so und jetzt schauen wir mal wie viel ist es Computerchip genau jetzt müssen wir den Computerchip Tablet Corel äh genau aber dazu brauchen wir das Messer und für das Messer Silicone Rubber das haben wir so und jetzt können wir das Messer nice Leute nice 3 oder ähm gut dann würde ich sagen schauen wir wo schnell Tischkorallen sind sollten ja auch nicht weit sein von hier gar nicht weit sogar ach komm sie ein bisschen schneller unterwegs sind oh ok hab sie vergessen 3 hier sind sie auch schon so table coral sind glaube ich schon die so jetzt gehen wir jetzt zurück und dann sollte es schon gehen ja ja Und jetzt können wir anfangen, unsere eigene Base zu bauen. Ähm, aber, wie lange geht die Folge schon? Genau, das kommt nämlich, nächste Folge wird es kommen, ich möchte mich verabschieden in diesem Sinne, nächste Folge wird es spannend. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt mir das Kommentar, bis bald, tschüss!